Ich habe keine Leistung, ich bin nur dabei. Dabei sein ist alles, schaffen wir easy. Also erstmal alles, ich habe schon länger nicht mehr Splatoon gespielt, das trifft sich hervorragend. Ey, wer steht denn da rum, ein bisschen Bewegung hier, dankeschön. Immer diese nervigen Randoms, ey. So. Ach jetzt. Also stimmt ja, Eier sind gelb, ne, deswegen schießen wir auch mit gelber Farbe, weil Eier bekanntlich gelb sind. Mit reden. Jawoll, gehe ich hin. Oh shit. Ähm, rechts ist auf jeden Fall immer noch einer. Keine Ahnung. Lebt nur noch einer, zwei. Ähm. Die, wo ich eine Rauchbombe. Jawoll, einer down. Wir sind zwei Stücken, ne. Ja, macht nichts. Okay, einer ist down. Ich habe den Regen zugeworfen, der muss fliehen. Oh, schade. Ich hätte vielleicht im Titel schreiben sollen, mitnähen und dann hätte ich jeden gecatcht aus Nenos Community. Und dann kommen sie im Stream, hören ihn nicht. Vorsicht, Raketen kommen. Ich habe den Zwang erledigt, aber egal. Oh, der Sniper sehe ich. Ah, keine Bomben. Ich habe einen Regen. Oh shit, da hat er mich. Ich hoffe mal zum Bio. Oh shit. Mann. Oh, ich wäre fast am Sniper gewesen. Aber egal, haltet die Position einfach, das schafft er. Gut, dass ich noch rechts ein bisschen einfärfe. Ich weiß ja gar nichts. Na shit, schade. Ja, nichts leichter als das. Ja, zu einfach. Keine Herausforderung. Einfach ein richtiger Gegner. Mit was das denn? Die haben ja gar nichts gemacht. Guck mal, siehste, ich bin schon fast fertig mit dem Spiel. Die Leiste ist fast voll. Na ja, wenn er noch ein Match hat, dann bin ich fertig für heute. Ich könnte die Waffe wechseln. Ja genau. Ne, ja genau. Würde ich ohne Raid machen, weil... Ne, ich hätte... Habe ich keine Lust zu. Irgendwann nehmen wir eine Waffe. Boah, das ist schon so eine richtige Herausforderung hier, ne? Wieviel fehlen denn noch, Neno? Ja, ich wollte warten, bis Neno nur noch 10 fehlen. Und dann die Kosten und... Nein, ich habe... Ich habe nach dem heutigen... Heute Morgen habe ich den... Die Kosten einfach eine Null drangehängt. Kann die Neno noch nicht mitbekommen. Na ne, zwei Siege habe ich auch schon. Also, jetzt nur ein Sieg, aber das ist ja die Hälfte. Und Hälfte ist ja auch 4 und 4 ist bestanden. Also sind wir auch genauso heftig wie die. Hä, ist doch voll logisch. Das ist reine Mathematik, hallo. Das ist eine Wissenschaft-Theologie. Warum haben die mehr Raken als ich? Mehr Raken. Nervt mich voll. Und ich glaube, die haben bessere Teammates als ich. Das nervt mich auch. Oh, no! Oh nein, ich... Ne, nicht this way. Äh, ich habe... Ähm... Vorsicht, da ist einer... Äh, ich... Das Gelbe ist so grell in meinen Augen. Ich bin eigentlich drin. Wenn sie... Wenn sie... Oh boy! Den habe ich gerade gewandt. Easy. Wow! Irgendwo versteckt sich da nach rechts. Habt ihr bitte gleich. Hab ich nicht. Er ist weggesprungen, ey. Ja, mal Raken drauf. Nein, Rakete. Bombi war das. Bombi, Bombi, Bombi. Bombi. Oh man. Pink. Achso, die Farben kann ich nicht auswählen. Äh, wir sind... Wir haben einen Gap zugeschrieben bekommen. Also wir kriegen generell hier das ganze Spiel immer zugewiesen. Die Farben und ähm... Ja, die Farben passen sich hier halt dem Splatfest an. Geh da gleich, glaube ich gleich da drauf. Ich muss kurz meine Teammates hier anweisen. Das machen hier ja nichts. Oh, hier rechts ist einer. Der wird Bombi. Der ist auch gut. Ah, ich sehe den. Ja, der ist noch ganz rechts irgendwo. Wir müssen irgendwie durchbrechen, ne? Wir müssen eigentlich nur gucken, dass wir... Lebt nur der Pinsel, nur der Pinsel. Das heißt, jetzt ist es unsere Chance. Nein, als ob der überlebt hat. Die kommen sogar in unsere Base rein. Sagt doch, war easy, keine Herausforderung. Wir waren noch Team Vice, oder? Hm. Oh. Ach so. Ach so, dann habe ich die ganze Zeit falsch gemacht. Ich dachte wir wären Team Weiß. Nein, also die ähm... Farmen in Splatoon werden immer vorgeschrieben. Vom Spiel. Und gerade vom ähm... Splatfest halt her, ne? Dann... Und Eier sind ja bekanntlich gelb. Deswegen sind wir Team Gelb. Und... Die weißen Hühner. Und... Die gelben Eier. Gibt Sinn. Ja, eigentlich dämlich, ne? Ne, ne, ne. Küken sind... Ne, Küken sind weiß, laut Splatoon, ne? Du siehst ja, wir sind Team Gelb, ne? Wie Hühner. Wie Eier. Und die Küken sind... Weiß. Sieht doch auch schön oben links, ne? Ja, meinste... Ich hab mir das nicht ausgedacht. Das war Nintendo. Nein, ähm... Weiß nicht die Hühner, nicht die Küken. Ja, aber da sind ja... Weißt du... Küken. Nein, Quatsch. Äh, ich fahr aber nur. Ähm... Ne, das ist halt... Es ist weird. Keine Ahnung. Oh, die Special Map. Special Map. Da geht irgendwann, ähm... Ne, genau. Rechts und links, da sind ein paar Gebiete in der Mitte. Und die müssen wir einfärmen, bevor das Ding zugeht. Ja, genau. Das ist ne... ne andere. Ich googled. Ich weiß nicht, ob es noch ne... Vergleich zum letzten Mal noch ne andere ist. Also, ob die sich immer durch wechseln, das weiß ich nicht. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. hier ist das gebiet dass wenn wir das eingefärbt haben also normalerweise ist das ein safe spot für die gegner aber das glaube ich den gerade einfach damit wenn vielleicht der deckel zugeht da ist der stage 1 containment ja dann gefärbt nein vorsichtig sehr gut da sind doppler meine es gibt weiße küken von kiva kiwis kiwis ich glaube hier geht es um der ist so schlecht gewesen und hat mich getötet und die mitte geht zu auch unsere punkte er kommen es ist easy können auf kagen haben wir gewonnen hat die haben sogar das connecten hol sind nur zu dritt ich glaube ich wechselt die waffe ich bringe einfach mal hin zu das ist ein wenig und und aber wie sie 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 guck mal hab alles alleine gemacht ja ich heiße neno ich bin neno wo ist matti? was nehmen wir denn? nehmen wir die hier Das war's für heute. Was ist eigentlich die Kopfhörer? Ich bin die froh, ich komme mit den f***igen Döns. Andere mit dem Mikro sind da leider nicht. Ne, aber generell, ich weiß nicht. Passe die. Vio hatte noch so komische Kopfhörer übrig. Die nutze ich jetzt gerade. Ich hatte gestern einfach nur mein Headset ins Handy geschlossen. So, dass ich dann halt höre und ihr mich dann über mein Handy-Mikro hört. Was genau unter meiner Nase lag. Das war in meiner Nase drin und habe mich trotzdem nicht gehört. Du redest ja auch nicht mit der Nase. Ach so. Verstehe ich nicht. Genau, eigentlich mit der Nase. Ach so, ja genau, jetzt sind wir natürlich eine zufällige Farbe, weil wir gegen unser eigenes Team kämpfen. Voll gut. Aber, I don't care? Ach so, ich habe jetzt, äh, pew pew. Ne? Ich wollte gerade den Regen werfen, habe ich nicht mehr. Ich hatte vorhin auch keinen Regen, aber... Jetzt habe ich gerade gemerkt, wie dumm meine Aktion war. Ja, kannst du, du kannst sogar da drin bleiben. Kann ich da eigentlich hinspringen? Ja, bestimmt. Du kannst ja auch wieder raus, also von da gibt es, glaube ich, so ein Ding. Irgendwas. Oh, da ist ein Blaster, ähm, vorsichtig. Okay, den habe ich. Ich wäre lieber blau, wenn ich ehrlich bin. Na, wir schimmeln nicht. Wir, wir sind einfach nur grün hinter den Enklingen Ohren. An den linken Stimmen. Wir müssen, äh, gegnerische Dings können wir nicht einnehmen, aber wir müssen in die Mitte hier noch behalten, ne? Ist ja nur noch besser. Ach, nee, du bist für alle hier. Okay, sehr gut. Doch, ihr könnt da raus, äh, das ist irgendwo... Ich hab gesprungen, das hat mich getötet. Okay, das ist dann. Hauptsache ich hab die Mitte da eingefärbt. Das gibt uns einen guten Vorteil. Ja dann färb ich halt in dem Bereich halt um... Oh shit egal. Easy. Sieht gut aus. So. 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 ich supporte kurz ein bisschen mit dingens mit 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 ich habe ein jetpack vorsichter kommt einer aus der mitte noch runter ein schwapper habe ich aber ich sehe nur ich komme habe ihn einer kommt an der mitte rein ich bleibe bei neno vorsichter kommt runter zu bio keine tinte ja die sind alle unten in dem mit zumindest gerade einer 2 einer stand ich habe einen jetpack supporten einer down shit ah der regen hat mich wir sind da kommen gleich zu ein von euch ich komme zu neno einfach ja ich hätte mich da hilft nur einer rum neno vorsichtig und das kissen 2 springe ich wieder zu neno ich glaube die sind alle in der mitte hinten schock hinten schock also wir beide sterben hey im berater mann und na wie geht's dir die sind alle tot ein fern ein fern ein fern wir waren dass wir waren dass wir waren dass ich dachte ich dachte das wird ist gut dass sie sind in unserem team das heißt von daher keine tinte mehr und neno ich gebe dir den rang sehr schön ich freue mich glückwunsch zu deinen neuen rang da neno wird da goldene hirsche sehr schön ja so gesehen sehr sehr schön glückwunsch zu der stamm user rolle schreibe ich nach dem stream noch mal einen cuten text noch mal auf discord jetzt kommen die allen ausgekrochen haben alle gesehen oder das was kann die bekamen war bestimmt voll cool das wollen wir auch haben hey pokie hier noch mal alle wir sind gerade im discord voice wenn ihr dazu stoßen wollt braucht ihr die zuschauer rolle schreibt einfach hier im stream steht rein wenn ihr die braucht dann könnt ihr zu uns stoßen mit der zuschauer rolle könnt ihr natürlich nur zuhören ansonsten werdet ihr ausschließlich nur mich im stream hören ja mal wieder ein richtig ein nützliches match wäre es noch cool gewesen wenn sie irgendwie mal 10 ich gehe rechts das gebiet verteidigen genau unser was was wir bunkern können also erstmal mache ich hier und dann dann rechts also ich fange an hier diesen ganzen sachen einfach ganz normal einzufärben jetzt sind safe spots so lange sobald die meldung kommt ne denkt dann müssen wir so langsam deren safe spot einnehmen gebe ich bescheid wenn ihr das erste mal kommen wo ist wo ist ich hab nen jetpack ich sehe da einen in der mitte ich habe ihn fast 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 er haut ab ich hole mir deren safe spot tonne tonne ok oh shit 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 bio ich komme gleich zu dir da müsste einer sein ja das ist schlecht weil dann können die nämlich in Ruhe nämlich ein fern und bis gleich es ist die mitte dran jetzt müssen wir die mitte verteidigen ja genau das ist die oh shit die sind alle auf der anderen seite vorsicht bubbles bubbles kommen und da ist einer in der mitte einer in der mitte ich komme gleich reingesprungen haltet einfach durch einfach kurz hier umformen ok kann hier also ich kannst du ruhig frei hier kannst du in dem modus kannst du sie einsetzen hier ist ja auch kannst du immer dann umso eher du einfärbst umso schneller hast du wieder platz für den nächsten schild so dann nochmal gucken na essen fertig bin futtern ok sehr schön ok perfekt ja schade seid ihr auch alle bei 230 gut dann habt ihr direkt mit mir mit angefangen ich weiß nicht ich hatte nämlich nur neno noch gehört weil neno meinte von wegen noch eine runde hey wo ist neno hin ach so ich dachte er wäre außer ich dachte neno lässt uns ein stich eiskalt nee noch mal da ist einer schnitzel der gehört mir naja das ist zufällig ok dann neno machen wir wieder die mitte das ist eine rolle der komponier nein irgendwas hat mich noch erwischt es bleibt ich wollte nur essen bisher der müsste irgendwo ab jetzt der umgabe ich mich vorsicht von unten kommen welche ich hab dir nur angehittet die haben sehr viele steht da kommt er oder vorsichtig ist da der rolle schnitzel der hat eine gute reichweite ist ein dünner roller der hat kann er so ein fernkämpfer tut aber der hat eine recht schlechte angriffsgeschwindigkeit also wenn er nicht trifft dann ist halt auch erst mal vorbei im geländen vorsichtig von hinten kommen war sehr gut was hat mich denn jetzt aus der luft erwischt also der dünner oder eigentlich ärgerlich na ja okay wie sieht es bei bio aus werden unten hingehen sollen ist nur einer gewesen und das war furchtbar schlecht das waren mal zehn kampf hast du toll gemacht ich dachte du wolltest sonst den carry in den top echt mein neno echt mein neno ich glaube neno ist verwirrt ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen so ich glaube ja ich glaube khali mag keine engels lachen hälber das hat die lache eines beschissenen engels aber ich will kein engel sein hier kommt die sonne er nervt aber jetzt ist man unserem team aber ich habe ihn wo ist neno eigentlich und er ist bei mir ist einer bei uns oben wie sei er hochgekommen nein vor allem dann wenn gott weiß ich will kein engel sein ganz genau wie katsch gerne rammstein seht klassiker ich habe ein bisschen angehittet ich krieg die nur angehittet denn ein habe ich auch gerade mal ebenso abgeknallt ich muss sagen ist es verwirrt mich unendlich dass wir jetzt auf der anderen seite ins bonn punkt haben der ist auch gar nicht hochgekommen ich dachte dass wir unser bonn punkt das war einfach nur deren ich hatte einfach den sportpunkt vertauscht ich habe mich gefragt wie die da hochgekommen sind das ist so für die die map verwirrt mich unendlich hoch ich sehe gerade ich habe von von tapper ob sie mich gefragt hat muss ich einmal schauen ich habe ich was auf tapas kanal und also auf tapas discord und gefragt muss ich ja mal gucken ja ich denke mal weg sehr gut bin tot aber ich habe mir mitgenommen ich habe mitgenommen ja falsche runde freuen wir zehn damit links wieder schräg mir ist schräg ich bin voll gerade ich guck mal kurz und da auf tapas teller rübenpreis ich wurde gleich ne doch ist heute sonntag samstag meine ich samstag stimmt ne ne dann ist nichts weil das ja plus minus 0 dann finde ich Ich weiß nicht ob Pikachu, aber Pikachu ist ja auch hier ne, ich denk mal wenn Pikachu oder sogar, da kann die Rübenpress von 48. Ich bin nicht ein müde Pikachu. Ok vielleicht ein bisschen. Ah, Sabi hat schon wen gefunden der über 100 hat. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Ja ne ist halt, ich guck halt selten nach Rübenpreise nach. Oh die Map, oh nice ich liebe diese Map. Ich liebe die generell, diese Special Maps. Ja, mein Noob ist. Aber wir färbt schon einen. Ich. Ich. Bleib bei dir, wer bittes kommt. Lass mal als Doppelpack rumlaufen. Hier ist noch einer. Bei dir. Ich bin bei dir. Sehr gut. Vorsicht von links kommt einer. Hab ihn. Genau. Ähm. Genau. Ähm. Genau färbt du mal dort ein. Echt. 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 Ah, verdammt 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 verdammt. Willkommen zurück Harley. Nee. Also hier möchte ich das nicht hören. Wippetes. Weil wir in einem Team spielen und dann weiß ich, du hast irgendein Scheißangestellte. Mir schadet. Wir müssen, ähm, könnt ihr gucken, ähm, könnt ihr mal gucken, dass ihr in das andere Gebiet... Ach, Lugen sind zu shit. Ja, bringt aber nichts. Die haben ihr... Also ihre Fläche, meine ich. Ja, die haben die... Okay, die Mitte verteidigen. Einfach die Mitte verteidigen. Oh no. Okay. Ich bin da näher. Ich guck, dass ich den da vorsichtig sprüht. Da springt noch einer hin. Okay, habe ich... Okay. Die Mitte sieht safe aus. Das kriegen wir eingefärmt. Cool. Okay, jetzt müssen wir nur noch... Ich bin bei dir. Oh shit, die Kuh... Ja, da kann ich nicht raus. Da ist einer bei dir. Zehn Sekunden noch. Wie, was, was? Ja, den habe ich gesehen. Ich wollte den mit den Bubbles töten, weil ich dachte, das wäre klüger die Bubble zu zerstören, damit einmal der stirbt und wir mehr Fläche ernehmen. Das ist halt sogar gebracht. Achso. So, weiter geht's. Zack. Jetzt sind wir Defender. Sehe ich gerade. Sehr cool. Man sagt die Uhrzeit, oh wir spielen gerade erst seit 50 Minuten. Noch nicht recht. Ich habe schon... Ja, ganz gut. So. Also, ich habe gerade nur kurz geguckt, ob wir... Wie lange wir ungefähr schon spielen seit 50 Minuten. Das hat... Das ist ganz gut. Das heißt, die Map wird noch knapp über eine Stunde bleiben. Oh, Moment. So, jetzt sollte es wieder gehen. Wer bitte ist? Okay, gut. Ich dachte, das war so leise, dass ich hätte... Das wäre irgendwie... Seltsam. Erza? Was ist Erza? Ich habe keine Ahnung... Weil ich glaube, die Frage von MaxiGamer verstehe ich nicht. Erza? Hm? Ich weiß nicht. Wer geht mit mir in die Mitte? Wer ist denn da oben? Nino. Ich gehe nicht mit Vio. Vio geht ins Wasser. Da folge ich nicht hin. Äh, keine Ahnung wie ich es geschafft habe. War voll... War voll peinlich. Einfach ein Clip erstellen noch. Immer wenn Vio... Wenn ich immer in dem Wasser fallen sehe. Oh, in der Mitte sind alle drei. Sind noch... Also einer habe ich... Aber da sind noch zwei Stück. Oh, Vorsicht, die sind überall... Okay, sehr gut. Episch abgewährt. Die kommen gleich wahrscheinlich dahin. Okay, ich bleib einfach mal unten und... ähm... Safe dort. Meine Hilfe braucht, sagt ihr Bescheid. Die sind zu dritt, sehe ich gerade. Die haben Disconnect Easy Win. Die sind zu dritt, sehe ich gerade. Die haben Disconnect Easy Win. Ich komme hier rechts runter, sonst... äh... Ist glaube ich noch einer. Äh... Ne, ich bin gerade in deren Gebiet mit einem Jetpack drin. Ah, der hat mich erwischt. Verdammt. Achso. Alles klar, Kaddi. Dann wünsche ich dir viel Spaß bei Fall Guys und danke, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Ich hab... Kaddi war hier auch im Voice. Ihr müsst euch hören. Im... Im Notfall. Außer sie ist zu voraus, aber... Achso. Ich bringe einfach mal direkt zu. Ach egal, hat nichts gebracht. Schade. 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 Ja, aber trotzdem keinen Mal zählen Kampf. Ach, komm. Da Kaddi hat's nur noch gehört. Oh, Alina, vielen lieben Dank für dein Prime-Abo, Dankeschön und einen guten Abend Wie geht es dir? Ich nicht Dir geht es gut? Sehr schön, freut mich Mir geht es auch ganz gut Falls du magst, kannst du dir auch mit dem Zuschauerrang gerne dich zu unseren Voice begeben Dann hört man noch Wibbertis und Neno Easy, schaffen wir Machen wir kaputt, strengt euch einfach an Ich färb unser Gebiet hier ein So, wie war dein Tag, Alina? Mann, ich wusste das kaum Auch gut, auch gut So, ich komme mal mit meiner Special hier in die Mitte Ich sehe die gar nicht Mach mal ein bisschen Druck von hinten Eine, zwei erwischten Und Wer ist mit dem Bubbles hier links? Ich, ich Supporte Egal, sehr gut Ne, nur nice, nice, nice Quatschen mit wem? Aber danke Achso, okay Ja gut, dann ist es natürlich ein bisschen Schwierig Verdammt Aber freut mich, dass du hier auch im Stream bist Und mein dummes Gelaber zuhörst Ich finde es immer toll, wenn Leute mein dummes Gequatsche hier zuhören Ich, ich deck dich mal ein bisschen Ja, wo deine Special ist gerade nice Da ist ein, ich wollte gerade sagen Als ob der deine Ecke neu lang überlebt Oh no Ah shit Mein Tag war auch ganz gut Wann Na, heute Morgen schon ein bisschen Animal Crossing Stimmt, sollte ich noch runterladen Ja, die kommen hier auf jeden Fall rein Ich, den Roller kriege ich easy Wir haben die, also so krass sind die gar nicht Sorry, aber 12 Siegesreihe 12 Siegesreihe Ja, ich denke Anwürfe Ah verdammt Kommt man direkt wieder zur video dürfen wir jetzt nicht verlieren dürfen nicht verlieren eine halbe minute Aber sie sind echt nicht gut So einfach Oder heißt sie ach so yellow shots Wir sind einfach op wir sind die besten aber wir können keine chance kommt als 1 easy gg Das ist ein sehr guter game Phew Schwimmen hat die Gegner und die waren voll schlecht Ja Easy So Jetzt nochmal richtig Äh Meinte sehr schön Das ist einen guten Tag Das ist sehr nice Äh Ich glaube wir hatten einen recht ruhigen Tag gehabt Heute Morgen ein bisschen Animal Crossing Haben wir das Insekten Turnier gemacht Da habe ich wieder mit ein paar Leute Die kamen auf Insel Vio, Pikachu Und Eisvogel War dann auf der Insel Haben zuviert das Insekten Turnier gemacht War richtig cool Ging super schnell Hat sogar erstaunlich gut funktioniert Und hat immer richtig Spaß gemacht Ansonsten haben wir Shield weiter geschaut Stimmt und Mario Party 8 gespielt Scheiß Spiel, ich habe nicht gewonnen Und ich war besser als du Ja das ist das Schlimmste Ey Vio war noch besser als ich Ne Vio hat auch nicht gewonnen Sie war Platz 2, ich war Platz 3 Computer auf Schwer war Platz 4 und Computer auf Normal war Platz 1 Gewonnen weil Lul Ja dachte ich mir auch Und dann ist gerade wo ich keinen mehr will Das war so gut Du hast einfach random gemutet Warst du einfach random gemutet Ich war mit dem Pub immer mit Achso ja gut klar Dann musst du dann immer refreshen Achso ja gut klar Dann musst du dann immer refreshen Achso Achso cool Ich kriege das leider nicht mit Weil Discord macht keinen Bulululup Deswegen nehme ich das einfach Ah gut Ah gut Ah die hat mich ja von Anfang an immer gehört Ne nur Jetzt wird es halt euch Nee nur M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m Oh ein Schirm Oh ein Schirm Hier bist du denn? Vielleicht Nein Ok hab ihn down Hab ihn down Schnell weg 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 Ich hab Angst Oh Oh Überstrahl Kriege ich Kriege ich Schade Ja genau Insekten zu nie war heute Aber ist ja nicht schlimm Nächsten Monat gibt es noch eins Aber das wäre dann das letzte erstmal Für die nächsten Für das nächste Jahr Ja genau Für dieses Jahr Ja genau Für dieses Jahr Ja genau Für dieses Jahr Hier oben ist safe Oh keine Tente mehr Ah ich sehe bei uns Okay das down Okay das ist ja nice Ich sehe gerade keinen Ja genau Ja genau Wenn zwei tot sind und du auch dann ist ein ist trotzdem win zwei im preis von einem Ich habe hier Ich habe hier Ich habe hier Ja das hat ein bisschen ablenken So nice Wippeblebrav keine ahnung aber sei es einfach egal trotzdem wenn man ihn nur einfach ignoriert wäre ich der beste endlich ich habe aber gar nicht so die kunstfähigkeit nervt mich vor ich habe nur so quatsch